Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 70 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1300 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. .